In diesem Video geht es um die besten Feuchttücher. Der Qualitätssieger in unserem Feuchttücher-Test geht an die Pampers Baby Feuchttücher. Diese feuchte Tücher enthalten 99% pures Wasser für eine sanfte Reinigung der Babyhaut. Hergestellt mit Bio-Baumwolle, die sich federweich auf Babys Haut anfühlt. 0% Alkohol, 0% Parfüm. Die restlichen 1% bestehen aus dermatologisch getesteten milden Inhaltsstoffen mit dem bewährten pH-Ausgleich von Pampers, der die Babyhaut vor Reizungen schützt. Pampers Aquapure Feuchttücher wurden speziell für den Schutz zarter Babyhaut entwickelt. Sicher für die Haut von Neugeborenen geeignet für empfindliche Bereiche wie Po, Hände und Gesicht. Speziell entwickelt für den Schutz zarter Babyhaut. Wollen Sie mehr über die Bestandteile von Pampers Feuchttücher erfahren? Besuchen Sie die offizielle Webseite. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative sind die Pampers Baby Feuchttücher. Pflegen Sie die empfindliche Haut Ihres Babys mit dem bewährten Schutz von Pampers Feuchttüchern. Die einzigartigen Bestandteile von Pampers Feuchttüchern gleichen den pH-Wert der Haut aus, um den natürlichen Säureschutzmantel der Haut zu erhalten und Hautreizungen vorzubeugen. Die Pampers sensitive Feuchttücher wurden speziell für die Bedürfnisse empfindlicher Babyhaut entwickelt und enthalten daher weder Parfüm noch Alkohol. Pampers sensitive Feuchttücher sind dermatologisch getestet und geeignet ab dem ersten Leben stark. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Feuchttücher-Test gehen an die Pampers Baby Feuchttücher. Reinigt sanft Po, Hände und Gesicht. Hilft, den natürlichen pH-Wert der Haut wiederherzustellen. Weichen stark für eine sanfte Reinigung. Mit frischem Duft. Dermatologisch getestet und alkoholfrei. Mit praktischem Verschluss. Wollen Sie mehr über die Bestandteile erfahren? Besuchen Sie die offizielle Webseite. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.